Das internationale Kuratorium für Jugendbücher IBI zeichnet die Bieler Autorin Karin Bachmann aus. Ihr Werk «Monster im Dunkeln» ist seit neuestem, seit Anfang 2023, auf der Liste für aussergewöhnliche Bücher für Jugendliche mit einem Handicap. Herzlich willkommen zum Interview, schön sind Sie mit dabei. Über diese Auszeichnung wollen wir sprechen. Karin Bachmann, herzlich willkommen im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Frau Bachmann, plötzlich internationale Anerkennung beim internationalen Komitee für Jugendbücher. Lange geplant oder doch total überraschend? Eine totale Überraschung, nie damit gerechnet. Sie haben ja «Monster im Dunkeln» im Jahr 2018 geschrieben. Es geht um einen blinden Junge, der mit seinen Ängsten kämpft, eben mit diesen «Monster im Dunkeln», «Monster im Kopf». Wie ist das Buch überhaupt in das Auswahlverfahren von der IBI gekommen? Die IBI hat offenbar das Schweizerische Kinder- und Jugendmedieninstitut angefragt, ob es die Bücher gäbe. Sie haben jedes Jahr die Liste oder auch zwei Jahre haben sie die Liste. Und Sikkim hat nachher umgefragt bei den Verlagen und der Tabux-Verlag hat ihre Sie eingeschickt. Und das ist dann weitergereicht worden und hat sie jetzt auf die Liste geschafft. Ja, man muss ja eben sagen, es sind schlussendlich 200 Bücher zur Auswahl gestanden. 40 sind ausgewählt worden. Aber «Monster im Dunkeln» ist eines davon. Sie sind Autorin. Was erhoffen Sie sich jetzt von dieser Ehrung? Ich weiss, es ist so grosse Sache. Ich weiss noch gar nicht richtig, was damit anfangen. Natürlich erhoffe ich mir, dass wir vielleicht noch zwei, drei Bücher verkaufen. Das wäre schön, wenn es noch ein bisschen Umsatz generiert. Aber ich hoffe auch vielleicht, dass es ein breiteres Publikum findet. Und dass dann wirklich auch Betroffene, die über das Buch staupern, etwas mitnehmen können. Sie reden von Betroffenen. Bleiben wir doch gerade bei diesem Thema. Aber Sie haben einen blinden Protagonist gewählt. Ist das Ganze eine bewusste Entscheidung gewesen? Ist das in Abspruch passiert mit dem Verlag? Teilen Sie, was da für Gedanken mitgespielt haben? Es ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Der Verlag hat gesagt, sie hätten gerne einen behinderten Protagonist, eine behinderte Protagonistin. Und haben ursprünglich die Idee gehabt, so ein kleines Remake von Fenster zum Hof. Einen Jugendlichen oder ein Jugendlicher im Rollstuhl. Und ich habe dann gesagt, das ist so eine geniale Geschichte, wo schon so ein sehr gutes Remake gemacht wurde. Ich würde gerne etwas anderes machen. Und habe eigentlich schon länger mit dem Gedanken gespielt, mal aus dem Blickwinkel von jemandem blinden oder Sehbehinderten zu schreiben. Und habe dann diesen Vorschlag gemacht. Und der Verlag hat das begeistert aufgenommen. Sie haben sich ja entschieden für einen blinden Protagonist. Und Sie haben sich dann auch entschieden, Kontakt aufzunehmen mit einem jungen Mann, der auch ein Handicap hat, eine Sehbeiträchtigung hat. Wie muss man sich diese Zusammenarbeit vorstellen mit dem jungen Mann, wo Sie Kontakt gehabt haben? Eigentlich ganz normal wie jede andere Recherchenarbeit. Man macht einen Termin ab. Es ist ein bisschen auf Umwäge gegangen, weil ich ursprünglich vorgehalten habe, die Blindenschule in Zollikofen anzufragen. Und dort bin ich nicht zu suchen gekommen. Ich schütze Ihre Schützlinge wirklich sehr gut. Wir konnten aber jemanden vermitteln. Und ich habe eine Sportart gebraucht in diesem Buch. Man sollte ein bisschen von Anfang an mitbekommen, dass Arjen, der blind Protagonist, jemand ist, der ein bisschen sportlich ist, der sich ein bisschen seine Haut erwehren kann. Und ich habe dann durch meinen Kontakt auch hineingefunden in das Torball, die einzige Mannschaftssportart, die es gibt für Blinde, die auch ein Sehndi spielen können. Und dann haben wir uns verabredet, haben uns getroffen. Aber zuerst mal so ein bisschen generell, wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist die Schwierigkeit im täglichen Leben? Und dann auch spezifische Korbauturniere, wo ich mitgehen durfte. Der Protagonist kämpft mit der Überwindung von einem Unfalltrauma. Es geht um das Thema Selbstständigkeit, wenn man blind ist. Und einfach auch die Bewältigung von Angst. Was ist Ihnen besonders wichtig aufzuzeigen? Ist es die Sensibilisierungsarbeit? Haben Sie einfach eine Geschichte teilen, wie mit welchen Gedanken, mit welchen Schwierigkeiten blinde Menschen umgehen müssen? Oder was haben Sie da in den Fokus gestellt? Also ganz klar im Fokus ist Arjen sein neues Leben. Er muss das ganz neu aufziehen. Er hatte einen Karriereplaner, er hatte Lehrstelleplaner. Alles ist back up. Er muss sich ganz neu orientieren im Leben. Und wir reden vor einer Neuorientierung schon, lernen zu essen. Wie finde ich auf einem Tauer, wo ist das Fleisch, wo ist die Beilage, wo steht mein Glas, wie isst man, wie tut man sich am Morgen Zweck machen, Körperpflege, alles ist ganz anders, wenn man nicht mehr sieht. Und da konnten Sie ja auch in Schreibprozessen immer wieder auf Ihre Kontaktpersonen, auf den jungen Mann. Das Telefon in die Hand nehmen und nachfragen, hey, schau, ich bin gerade am Schreiben. Kannst du mir das noch einmal erklären, wie wirklich das bei dir abläuft? Ja, und ganz sicher am Schluss auch noch einmal den fertigen Text eingeschickt, um zu schauen, ob das einigermassen verhält. Und es gab wirklich noch mal zwei, drei sehr gute Rückmeldungen, was man noch nicht ändern musste. Ich stelle mir vor, das macht ja auch etwas mit sich selber. Oder hat sich Ihre Blickweise, Ihre Einstellung gegenüber blinden Menschen oder vielleicht per se gegenüber Menschen mit einem Handicap verändert, durch diesen Schreibprozess? Also vom Brotberuf her hatte ich schon immer sehr viel Respekt, ich bin Augenoptikerin, vor Leuten mit einer starken Sehbehinderung. Und der Respekt und die Bewunderung hat sich eigentlich noch vertäuft. Die Leute, die mit ihrem Alltag zu schlagen kommen, ist einfach Chapeau. Und einfach mehr noch das Verständnis, wie viel das es braucht. Eben schon nur irgendeine richtige Zahnbürste für heute schon morgen früh. Und ganz viel Dankbarkeit auch, wenn man wirklich zwei gesunde Augen hat. Ich habe es doch Beginn gesagt, Sie sind Kinderbuch- und Jugendbuchautorin. Und im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass ganz besonders Lehrpersonen jetzt auf Monster im Dunkeln Reaktionen geäußert haben. Was ist von Seiten Lehrpersonen an Sie zugetragen worden? Also sehr, sehr viel Positives. Und was wir sehr häufig hören, der Verlag und Ego, dass man wirklich nach den ersten paar Seiten mal wirklich begreift, was es bedeutet, blind zu sein. Nicht einfach nur so klein mit dem eissen Stock rumlaufen, sondern wirklich am Morgen aufstehen, die richtigen Kleider aus dem Schaft nehmen, sich das ganze Leben zu organisieren. Wo mache ich T-Shirt, wo mache ich Bulli, wie sortiere ich nach Farben, dass ich das auch finde. Und wie viel Gedankenarbeit das jedes Mal braucht, wie viel Konzentration. Wo dank dem Buch nachher auch in den Schulzimmern der Region einfach als Thema Blindheit thematisiert wird. Und es gibt ja auch Unterrichtsmaterial, das man gratis abladen kann. Und dort haben wir auch ganz stark darauf geschaut, so Gruppenarbeiten, Übungsarbeiten, wo wir versuchen, dass sich die jungen Leute mal drin reinzufühlen können. Wie ist das? Also mit Augen verbringen und umfühlen und eben mal versuchen, sich Zähne zu putzen, mit verbundenen Augen, solche Sachen. Aber es fällt ja schon ein bisschen auf. Sie haben ja auch ein anderes Werk geschrieben, Öl, Benzin und Schweiss, wo Sie auch ein gesellschaftliches Thema aufnehmen. Dann geht es um das Klischee von typischen oder eben ein bisschen atypischen Mädchenberufen. Ist das bewusst gewählt? Also sind Sie einfach Fan von so ein bisschen gesellschaftlichen Themen? Nein, das ist ein absoluter Zufall. Ich bin der unpolitischste Mensch, den man sich vorstellt. Ich habe mir einfach überlegt, was Spannende rüberkommen könnte, was die jungen Leser mit neuen Sachen in Verbindung bringt. Und gerade bei Öl, Benzin und Schweiss habe ich einfach gedacht, es wäre doch noch lustig, wenn die Mechanikerin eben weiblich ist und nicht männlich. Und ganz überrascht war, wie viele Rückmeldungen das hier kamen. Sie sind offenbar gerade richtig in eine Schiene hineinkommen, die gerade total ankommt. Zufall. Karin Bachmann, zum Schluss. Ich habe es gesagt, das Monster im Dunkeln ist ein Werk, das jetzt ausgezeichnet worden ist, geirrt worden ist, aber geschrieben im 2018. Was haben Sie gerade mit Bitte um eine kurze Antwort? Gerade in der Pipeline, wenn gibt es wieder etwas Neues von Ihnen? Der Sommer kommt etwas raus im Essive Verlag zum Thema Jugenddepression. Dann sind wir gespannt und ich danke herzlich für das Gespräch. Merci sehr. Soviel für das Interview von heute. Ich wünsche jetzt noch die beste Unterhaltung hier bei uns auf der Telebilanke. Ade miteinander.